Im November, wie viel haben wir da? Es ist immer so, dass wir immer noch eine Kontrolle selbst machen, was wir füttern. Also wir haben erstmal Premierfutermittel, 20 Kilo Fleischabfehler und ein sehr gutes Trockenfutter Greenheart, 30, 20er, dann kommen die Sekundärfutermittel, die wir nur im Klinger füttern. Wenn wir auf Rennen sind, fangen die Flach, da haben wir einmal die Zerngrünmehl und einmal die gute Reisleie. Ganz Nigenlageläu habe ich jetzt seit vier Monaten getestet, extrem gut. Wir sind längst extrem. So, und ein Liter Öl jetzt, wenn es kalt wird, auch nochmal als Energieträger. Ampere, 20 Kilo für 20 Liter Fleisch und 10 Liter andere Sachen. Wichtig ist vor allem ein gutes Trockenfutter 30-30. Es wird jetzt gemischt, 15 Kilo heißes Wasser drauf und fertig ist es. Dann wird gefüttert. So schnell geht es. Wer langsamer die Sachen zubereitet, der hat einen Fehler gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.